Ja meine Damen und Herren, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut es mal weiter. Es hat von 12 Uhr gestern auch bis jetzt immer durchgeschneidt. Das heißt mindestens 15 bis 20 cm liegen da. Die Zufahrt ist genau gleich mit der Insel. Die Autos hat sie eingeschneidt. Und Daisy kann nicht mehr planchen gehen.